Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Al-Tana. Das Plejadische Hohe Konzil der Sieben durch Daniel Scranton Beschleunigte Manifestation 1.1.2017 Übersetzt von Al-Tana Der Link zu der Textversion befindet sich in der Videobeschreibung. Wir sind das hohe Plejadische Konzil der Sieben und wir sind erfreut, euch unsere Worte der Weisheit anbieten zu können. Es dauert nicht annähernd so lange, wie ihr denkt, dass es dauert, etwas in der physischen Realität zu vollenden, in der ihr jetzt existiert. Die Energien um euch herum beschleunigen alles in solch einem Ausmaß, dass Manifestation in Lichtgeschwindigkeit geschehen kann. Transformationen vollziehen sich in viel höheren Raten, als ihr sie je als menschliche Wesen auf dem Planeten Erde erfahren habt. Es findet eine Beschleunigung statt und, offen gesagt, benötigen euer Verstand und euer Körper länger, um dies aufzuholen oder überhaupt zu bemerken, was vor sich geht. Das ist der Grund, weswegen wir hier sind. Wir sind hier, um euch dabei zu helfen, euren Verstand zu umschiffen, so, dass ihr einfach erwarten könnt, dass sich Dinge schnell entfalten, mit wenig oder ohne Beteiligung von euch selbst. Wenn ihr etwas in eurer Erfahrung kreieren wollt und, sagen wir mal, dass es etwas ist, was ihr schon seit einiger Zeit erschaffen wolltet, erkennt, dass ihr nicht mehr mit denselben Werkzeugen arbeitet, mit denen ihr gearbeitet habt. Erkennt, erkennt den Vorteil, den ihr jetzt dadurch habt, dass ihr euch so weit verschoben habt, dass das, was zuvor Jahre, Monate oder Tage gedauert hat, jetzt in wenigen Stunden geschehen kann. Aber ihr müsst an eure eigenen Fähigkeiten glauben und das, was wir euch sagen, damit ihr es selber erfahren könnt. Was es also auch immer ist, was ihr in eurer Erfahrung erschaffen wollt, lasst alle Glaubenssätze gehen, die ihr darüber habt. Lasst alle Zeitlinien los, sogar die verschiedenen Möglichkeiten, die ihr euch vorstellen könnt. Lasst all das gehen und sinkt tiefer in eure schöpferische Macht, euer kreatives Potenzial. Sinkt in das Wissen hinein, dass diese Energien hier sind, um mit euch zu arbeiten und dass ihr fähig seid, sie zu meistern. Ihr seid in der Lage, das zu fühlen, was ihr zu erschaffen wünscht. Und dann lasst die Energien den Rest der Arbeit für euch machen. Das, worüber wir hier sprechen, sind Partikel des Lichts. Wir sprechen über photonische Energie. Wir sprechen auch über die Energie, die auf dem Planeten Erde seit Millionen von Jahren eine Verjüngungskur bewirkt hat. Und wenn ihr das wahrnehmt, könnt ihr von dem profitieren, was geschieht. Ihr könnt mit höherer Geschwindigkeit durch die Energie navigieren und mit äußerster Genauigkeit, weil ihr ganz einfach dafür geboren wurdet, dies zu tun. Wir sind das hohe Pleiadische Konzil der Sieben und wir sind von euch allen sehr angetan. Das ist alles. Das ist alles.